So, wir konnten ja leider bei der General Reveal Party von Lisa Henning nicht dabei sein. Weil ich immer noch richtig traurig bin. Weil einfach unsere Flüge, wir sind ja nach München geflogen. Wir waren ja über München und dann ist es einfach zurück geflogen. Ja. Was ist das? Da bin ich wirklich traurig. Ja. Auf jeden Fall hat Lisa uns gerade ein Retransfer-Late geschickt, wo wir jetzt das Geschlecht erfahren. Und wir werden uns jetzt angucken. Und das ist die Reaktion für die beiden und auch jetzt für uns und für euch. Ich hab richtig aufklickt. Okay, ich bin gespannt, ja. So, es geht. Wir haben jetzt kurz die Handys getauscht. Ja. Okay. Ich bin richtig aufgedreht. Hast du tot? Ich hör gar nicht. Ja. Das lädt nicht. In 19 Sekunden. Hallo, Merci. Hallo, Nina. Ihr konntet ihr leider gestern bei unserem General Reveal nicht dabei sein, auch wenn ihr Angst gegeben habt. Und deshalb haben wir was richtig cooles für euch vorbereitet, dass ihr eigentlich auch dabei wart. Wir haben jetzt vergessen, wir haben euch ganz doll lieb und wir freuen uns, dass wir uns nicht zum Offen sehen. Ja. Okay, Schatz, bist du bereit? Ja. 1, 2, 1. Ja. 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 Ja.